So, da bin ich auch schon wieder zurück mit dem nächsten, was ihr bekommt, nämlich es gibt wieder Gratis-Items. Einmal zum Beispiel hier das Banner, was ich jetzt schon bekommen habe. Kann ich euch direkt mal zeigen, so sieht das Ganze im Vollbild aus. Ich erkläre euch natürlich noch, wie ihr das Ganze bekommt. Ist jetzt nichts Besonderes, aber für umsonst holt mal das Ganze natürlich gerne mit. Also, wie könnt ihr das Ganze machen? Ihr seht schon, Level 121 jetzt. Ich bin nur gerade in einem anderen Modus gegangen, damit ich das euch zeigen kann. Dann ganz kurz, Bildschirmaufnahme, zack, muss ich das eigentlich nur hier rüberholen. Hallo, der berühmte Vorführeffekt. So, da haben wir hier einmal die Twitch-App. Dann geht ihr hier halt auf das Spiel Fortnite, ist klar, und hier seht ihr schon, Drops aktiviert. Dann geht ihr einfach nur rein, jetzt hoffe ich nur, dass ich keine Werbung bekomme, ich befürchte es aber. Ah, ne, hier. Hier oben rechts seht ihr schon, ich habe das Ganze schon verbunden. Das bedeutet, ich bekomme halt die nächste Belohnung auch noch. Ich muss jetzt jedem nur ein bisschen zugucken. Und dann bekomme ich auch schon das nächste Item kostenlos. Einfach nur, dass ich dem hier zugucke. Ich mache das Fenster jetzt auch wieder ganz entspannt zu. Lass das laufen. Sag euch Bescheid, wenn ich das andere bekommen habe. So einfach geht es halt, verbindet euer Twitch-Konto halt mit eurem Epic Games-Konto. Habe ich sowieso immer verbunden mit allem Möglichen schon. Und so kommt ihr an den Ladebildschirm dran. Und denkt dran, Baumodus ist jetzt auch wieder drin. In dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.